Ich danke dir vielmals für dein ganzes Vertrauen und für das, was wir zusammenarbeiten durften. Ich danke dir vielmals für all die Unterstützung, die du mir geboten hast. Wenn ich jetzt zurück schaue, ist es krass. Was die letzten eineinhalb Jahre gegangen ist, wie du selber merkst, wie du deine Veränderung mit einem Partner kennenlernst, wo du einfach sagst, wenn wir uns vor zwei, drei Jahren kennengelernt hätten oder wir uns dann schon kennen, aber nicht gross Kontakt hatten, das hat dann nie funktioniert. Und jetzt, ja, es ist mega krass. Es ist im Moment auch gerade so ein Prozess, der surreal ist. Wirklich so. Aber es macht mega Freude, auch wenn du merkst, hey, ich habe an mir gearbeitet und es hat etwas gebraucht und es hat etwas Positives gebracht. Also ich habe mega Freude. Und Tanja, besprich mir einfach, mach weiter. Es gibt noch ganz, ganz viele Frauen. Es gibt noch ganz, ganz viele, die noch nicht wissen, dass sie Hilfe brauchen könnten. Ja. Ja, cool. Ja. Es macht mir wirklich auch viel Spass. Das ist so. Und das merkt man auch. Und das ist, ja, das ist genau in solchen Coachings ist das, glaube ich, es auch so, wenn man merkt, hey, der gegenüber nimmt den Ernst, der will einem wirklich helfen. Auch wenn es nicht immer flüssige Gespräche sind und man manchmal einfach ein wenig mitkommt oder so. Ich habe mich bei dir immer mega gut aufgehoben gefühlt und verstanden gefühlt. Und ich glaube, es hat kein Coaching gegeben, wo ich nicht draußen bei uns gefühlt hatte, jetzt bin ich ein erkenntnisreicher. Ja. 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 Ja.